1 gute und wunderschönen guten abend zu einer neuen runde shell shock live mit dem lieben bouncer ja guten tag special guest haben wir auf der gegnerischen seite guten revex tv wir grüßen dich unbedingt gewünscht dass er hier mitmacht oh lord gufa möchte auch auf youtube welt alter hey die sind alle dabei weißt du was das heißt wir haben mehr mehr leute im spiel als zuschauer hat insgesamt das kann natürlich sein leute wir feiern euch hart und ich habe auch genau den jetzt geht es natürlich auch auf den unseren liebsten zuschauer mehr stimmt auf unseren treuesten das tut mir echt leid ich wie sie denn halt echt gut an ja ich hab den eigentlich jetzt auch direkt drauf also von daher grüß mich haben wir schon rex tv guten tag wird noch mal hallo rev oder rev 3x tv ich weiß nicht wie wie das nicht was ich noch mal die kommentare lassen like abonniert und wir würden dich feiern für den kommentar der erste kommentare ich glaube ja aber ich muss da auch ein paar löschen warum das war viel spam und so weiter mit dabei erst mal am anfang die feiern uns halt hart ja ja es ist halt unglaublich wissen halt so ich muss jetzt aber auch mal auf jemand anders gehen weil sonst bist du richtig gleich geschichte mein freund ok mama zumal jemand anders den hinten denn den hinten dran ja ja jetzt mal eine banana in die fratze und ring um den hals ja jetzt und viel zu weit haben getroffen 45 so nicht getroffen das wundert mich nicht dann triffst du überhaupt mal man mach ich kein schaden ja luft guber gib mal gas ja wirklich gummi lordi volkyrion dragonis hat hallo welt gesagt nicht fast da kommt regenbogen auf uns zu was ist denn der zipper aber da geht genau nur mittenrein scheiße das war bitte aber jetzt habe ein bisschen drauf auf dem ding ja hast du das so ein bisschen denke ich das ist ein twinkler er hat sich bewegt er ist hintergefahren bisschen stärker feier auf dem game ich spiele auf dem game hat auf dem game hat zwei nach oben habe ich jetzt wie auf dem game hat dann drückst du dann die feindschasse quasi nach oben von dem ding oder digital ich weiß super digital das das lille ding da oben ist es genau in einer flugbahn aber genau hallo ja okay so ich bin jetzt auf volkyrion bin ich drauf schauen wir mal aber der nick der schickt uns ganz schön ordentliche sachen rüber level 12 level 27 26 oder fliegen bananas das ist schon wieder aus dem dinge rausgeflogen der blitz der war stark gut dass das mini dürfte 60 stadt war der banane das grüne portal mittendrin obwohl es kommt aus dem blauen wieder raus na achten ist es könnte lang ja pass auf das gibt jetzt ein portal schritt das um feinsten wenig auf wen gehst du eigentlich gerade die ganze zeit und ich weiß du weißt du bist eigentlich gar niemand hast du nur total kunstschuss weißt du was so ein schott was für ein schaden macht 10 und ich habe voll getroffen das ist ja gar nichts das ist definitiv der hätte schon nicht treffen können ich weiß nicht was ich nehme schulst moll herr komm feuer frei vor dem hohe hat es getroffen morgens hat vor kein da regnet es cool runter das war ich richtig 90 schaden hat er hat gemacht er hat sich bewegt ich bewege mich auch nicht nicht aber ich bin ja war bei dem dann bei bloddy ja was nur 194 mich treffen sie die ganze zeit gehen auf mich auch schon wieder mittenrein ne ach nee das war aber ist nur ein millimeter der wird tot jetzt ja geh nicht zu mir jetzt gibt es rapid fire erst mal zack das streut ja ein bisschen der treffe ich bestimmt acht damage muss ich nur machen das kriegen wir hin dann kriegen wir neue waffen remix du bist ein enemy und walkerion auch aber der ist als geschichte ich komme immer drüber über den berg doch ich habe fünf damage gemacht ein airstrike also ich kann aber auf jeden fall töten das weiß ich schieße ich über das blaue drüber ich bin gehe auf den hinteren den brauchst du nicht ich habe gar keinen schaden gemacht gerade wenn ich mal kurz erwähnen ja ich weiß nicht so genau vielleicht das ist der moderne airstrike oh der dort so weit nach links ja wow ja komm die haben nicht mehr viel was hast du denn noch in waffen wisst ihr was habe ich das ist mir die frau wasser schick als erstes das ich rufe ich auch 85 damage habe ich gemacht bist du da jetzt keine meta ja gut so als nächstes einen warum beleidigen die uns alle komm wenigstens einer okay ja sehr gut das schaffe ich ich habe den genau drauf es tut mir leid er hat sich bewegt gut willst du ja wohl packen aber ach du ein paar Tage ja ich weiß nicht aber ja sehr gut zwei drei vier er hat noch fünf ja hervorragend rebex das Spiel war für dich du hast lang durchgehalten Respekt an dich aber gegen den guten Bounsor hast du halt leider keine Chance ja das nächste Game bestellt also Jungs und Mädels haut rein es war uns eine Ehre und guten 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 guten